Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Jahr neigt sich so langsam aber sicher dem Ende zu, ein sehr, sehr positives Jahr. Wir haben ja schon auf den Ausblick 2022 reagiert und dann habe ich mir gedacht, hey, why not, machen wir doch mal einen kleinen Ausblick für das Jahr 2024. Was steht nächstes Jahr an, auf was können wir uns möglicherweise freuen, was wird so schon seit Monaten prognostiziert, was bisher immer noch nicht eingetroffen ist, das werden wir uns auf jeden Fall jetzt im heutigen Video anschauen. Was so meine Prognosen sind für das nächste Jahr, sehen wir möglicherweise im Bullrun. All das werden wir uns jetzt heute mal ein bisschen genauer anschauen. Bevor wir hier doch starten, lasst dem Video trotzdem schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich trotzdem gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Link ist dazu kostenlos unten in der Videobeschreibung. So, und jetzt gehen wir direkt rein. Bitcoin bei 43.700 US-Dollar. Ob wir da noch stehen, wenn dieses Video erscheint, weiß ich nicht. Aber momentan stehen wir hier. Wir hatten ein sehr, sehr bullisches Jahr hinter uns. Auch wenn viele Anfang des Jahres geschrieben haben, Oh, Rezession, alles wird dampen, etc. pp. Wir werden keine Kurse über 30.000 US-Dollar sehen. Um nochmal so einen kleinen Rückblick zu wagen. Mein Ziel war das ganze Jahr über, sobald wir hier die Marke von 31.800 US-Dollar durchbrechen und wir da wirklich uns drüber halten, können wir uns Hoffnung auf einen Bullrun machen. Und so ist es derzeit auch gekommen. Wir sind zweimal abgewiesen worden. Beim dritten Mal ging es dann impulsiv nach oben durch und das Volumen nimmt wieder deutlich zu. Also wir können uns überhaupt nicht beschweren. Wir hatten eine Jahresperformance. Wenn wir mal wirklich vom Tiefpunkt ausgehen bei 15.400, ja, wir waren so tief. Zum jetzigen Stand sind wir 182% im Plus. Das muss erstmal ein Asset nachmachen. Und das freut mich für alle, die hier in dieser Akkumulationsphase gut gekauft haben. Aber was steht jetzt nächstes Jahr an? Es wird weiterhin spekuliert darüber. Es kommt eine Rezession. Wir werden einen kompletten Aktienmarkt-Crash sehen. Arbeitslosenzahlen werden steigen. Es wird einfach alles kollabieren. Ich gehe 2024 ehrlicherweise oder ehrlich gesagt noch nicht davon aus. Warum? So, einerseits, wir haben natürlich durch Zinssenkungen, die nächstes Jahr auf jeden Fall kommen werden. Und da haben wir auch schon ein paar Artikel. UBS warnt vor US-Rezessionen 2024 und massiven Leitzinssenkungen. Wir schauen uns ja immer wieder mal die ganzen Zinsentscheidungen von der Federal Reserve immer mal an. Und auch da ist eingepriesen, hey, es soll im März spätestens die ersten Leitzinssenkungen geben. Und auch UBS geht davon aus, jeder geht davon aus, nur UBS übertreibt es meiner Meinung nach extrem. Und zwar die Analysten der Schweizer Großbank, die waren die nicht pleite? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Schweizer Großbank geht davon aus, dass die Fed im nächsten Jahr die Zinssätze um 275 Basispunkte senken wird. Das wären knapp 50 Prozent. Oder das wäre fast viermal mehr als vom Markt erwartet. Und das ist eben dieser Knackpunkt. Ich gehe nicht davon aus, dass wir so stark Zinssenkungen sehen werden. Ich gehe, wie gesagt, davon aus, Zinssenkungen und sowas werden kommen. Aber wird dadurch gleich der Crash kommen und Bitcoin und die ganzen Aktienmärkte, wenn wir uns das mal angucken, die mittlerweile auch auf All-Time-High-Niveau sind, wirklich crashen? Momentan haben wir so eine kleine Doppeltopf-Formation. Wenn wir das mal wirklich mal so zeichnen würden und wirklich davon ausgehen, würde es charttechnisch nach jetzigem Stand grundsätzlich passen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass dieser Crash 2024 schon kommt. Warum? Dazu jetzt meine Erklärung. Das habe ich in die Gruppe gepostet jetzt vor ein paar Tagen. Ich gehe davon aus, dass eine Zinssenkung kommen wird. Dann ein, eineinhalb Jahre Pump. Dann kommt die Rezession 2025. Da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen. Wir haben natürlich nächstes Jahr auch noch US-Wahlen mit Biden gegen Trump. So wird es wahrscheinlich darauf rauslaufen, was die Märkte nochmal pushen könnte. Dann klatscht alles, habe ich geschrieben. Dann CBDCs, weil wir ein Problem brauchen, um die CBDCs den Menschen schmackhaft zu machen. Das ist meine Idee dahinter. Was das Ganze noch ein bisschen stützt, habe ich hier auch nochmal einen kleinen Screenshot von TXMC. Für alle, die sich 2007, 2008 nicht daran erinnern können. Ey, da habe ich mich auch noch nicht mit Aktien etc. beschäftigt. Da war ich 11, 12. Da ging es im Endeffekt los. Wir hatten im September, also September 2007, gab es den ersten First-Rate-Cut. Also das heißt, die ersten Zinssenkungen. Im Oktober 2007 gab es dann das All-Time-High beim S&P 500. 2008, es wird keine Rezession kommen. Wir wissen, dass es komplett anders gelaufen sind. Und im September, Lehman Brothers ist kollabiert. Und dann erst, ja, kam die Rezession. Diese ganze Geschichte hat circa ein Jahr gedauert. Wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass alles ein bisschen langsamer läuft, wie jetzt damals und wir die ersten Zinssenkungen dann wirklich erst im März 2024 mit dann auch noch, und das kommt ja auch noch dazu, das Bitcoin-Halving steht ja dann auch noch an im März, April rum, irgendwie sowas halt, steht dann auch noch das Bitcoin-Halving an. Wenn dann die ersten Zinssenkungen kommen, es wird billigeres Kapital in den Markt fließen, wir haben möglicherweise bis dahin einen Bitcoin-ETF, der auch noch auf uns zukommt, dann wird erstmal wahrscheinlich Bullrun-Stimmung sein. Und so war es die letzten Male auch immer, dass so ein Bullrun 1, 1,5 Jahre dauert. Und deswegen gehe ich eher davon aus, dass diese Geschichte hier eher eintrifft mit 1, 1,5 Jahren und sich dadurch mein Ding hier so ein bisschen bestätigt. Das heißt, dass wir wahrscheinlich dann nächstes Jahr, müssen wir jetzt erstmal hier durchs Golden Pocket kommen, bei 48.000 bis 50.000 US-Dollar, dass wir da durchbrechen und dann möglicherweise eine Rallye sehen zwischen 100.000 und ich sage jetzt mal für mich, maximal momentan drin wären hier die 209.000. Das ist absolut optimistisch, ich glaube nicht, dass es 2024 schon kommt, vielleicht sehen wir nächstes Jahr 100.000 US-Dollar, auch das wäre schon krass meiner Meinung nach. Aber das ist so ein bisschen meine Strategie, wo ich dann auch nach und nach Profite nehmen würde. Für mich ist das alles immer noch günstig, deswegen kaufe ich weiterhin täglich immer noch Bitcoin ein. Swing-Position läuft, nach jetzigem Stand zumindest noch, weiter. Das ist so grob mal meine Prognose. Und wenn wir das schon angeschnitten haben mit CBDCs, digitales Zentralbankgeld, sollte mittlerweile allen was sagen. Warum, und das war dann auch so ein bisschen die Diskussion dann hier in der Gruppe, haben wir nochmal ein bisschen so diskutiert, also kommt da gerne rein. Warum sollten Menschen auf CBDCs umschwenken? Ohne triftigen Grund. Könnt ihr gerne mal eure Meinung unten reinschreiben, was ihr so von dieser ganzen Sache haltet. Meiner Meinung nach muss ein Problem geschaffen werden. Warum sollten Leute freiwillig, wir können mit Karte zahlen, wir können eigentlich alles machen, warum sollten freiwillig Menschen zu, oder sich ein Bankkonto bei der EZB machen? Würde wahrscheinlich keiner unbedingt machen, weil jeder hat doch seine Sparkasse und VR-Bank. Also, dann kommt eine Rezession, 20, ich hoffe, 2025 erst nach dem Bullrun. Wir schaffen ein Problem, Banken sind pleite, den Leuten geht's scheiße, die Arbeitslosen zahlen, Rezession kommt, alles, den Leuten wird's dreckig gehen. Darauf warten wir seit Jahren. Aber es ist nicht gekommen, wir sehen, Nasdaq, alle US-Börsen auf All-Time-High-Modus. So, das nur die Theorie. Dann kommt es zu einem Crash, wie gesagt, das kann auch erst ein Jahr später kommen, ne? Und dann haben wir ein menschengemachtes, bankengemachtes Problem. Und dann können wir möglicherweise, oh, das nervt mich hier gerade, ähm, dann können wir möglicherweise mit CBDCs rechnen, wir haben ein Problem, und den Leuten das aufschwätzen. Und das könnte dann auch das Ende des Bullruns bei Bitcoin sein. Wie gesagt, ich rechne so immer noch so zwischen Mitte und Ende 2025. Ich weiß, wir reden hier über 2024, aber das ist für mich so mein Maximumpunkt, wo wir dann möglicherweise landen könnten. Wir erinnern uns, 2021 war das gleiche Spiel, dann ging es nach unten. Dezember war, glaube ich, All-Time-High, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, November, November, Dezember, also je nachdem immer ein paar Monate dazwischen, dass ich dann damit rechne, dass wir dann einen Crash sehen und dann auch erst wirklich einen Aktienmarkt-Crash. Momentan gehe ich davon aus, durch die Zinssenkungen, auch mit der Geschichte eben, was wir 2007, 2008 hier hatten, also da ist es ja ganz schön aufgezeigt, dass sich das 1,5 Jahre schiebt und dann eben dieser sogenannte Crash erst kommt. Weil momentan einfach zu viele rechnen, die Zahlen sind noch zu gut, wir haben nächstes Jahr Wahlen, da wird keiner von beiden sich irgendwie noch was. Stellt euch mal vor, Biden würde sich hinstellen, ja wir haben jetzt Rezessionen und alles, ja der würde safe nicht mehr gewählt werden, wobei ich eh nicht davon ausgehe, dass er nochmal gewählt wird, aber das ist ein anderes Thema. Das sind alles so Dinge, die da mit reinspielen, Wahlen, Bullrun, Zinssenkungen und dann der nächste US-Präsident, der vielleicht dann Trump heißen wird, wird sich dann darum kümmern müssen, was auch dann sein Ende sein könnte. Das sind alles so Sachen, weshalb ich davon ausgehe, dass wir nächstes Jahr ein extrem bullisches Jahr sehen würden. Dieses Jahr hat auch keiner damit gerechnet, dass wir solche Kurse mal sehen werden und deswegen sehe ich positiv der ganzen Sache entgegen. Was auch natürlich Krypto allgemein angeht, bin ich sowieso komplett bullisch. Die Sache mit Gold ist die, ich werde weiterhin Gold akkumulieren, weil ja auch viele da draußen immer mal interessiert, wie so meine Meinung zu Gold ist. Werde ich akkumulieren, weil ich glaube auf lange Sicht und mit langer Sicht meine ich alles, was ab 25 losgeht bis 2027. Das sind für mich, und das habt ihr ja auch schon in den letzten Wochen, Monate immer bei mir rausgehört, das sind für mich die entscheidenden Jahre, wie es mit Krypto weitergeht, wie es mit CBDCs weitergeht und Gold könnte bis dahin auch noch ein Gamechanger werden. Deswegen akkumuliere ich hier weiterhin, wir sind in einer riesigen Seitwärtsphase, seit jetzt zwei Jahren ungefähr, das sind sogar drei Jahre, werden dann vier Jahre, wo Gold akkumuliert wird. Wir haben es uns öfters mal angeguckt, China kauft Gold, wie ohne Ende, USA kaufen Gold und sowas. Das sind alles so Indikatoren, warum sollten die Gold kaufen, wenn ich CBDCs und sowas, was weiß ich, was hätte. Deswegen für mich absolut bullisch, für die nächsten Jahre auch Gold. Silber kann man ein bisschen beimischen, bin ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so der Fan davon. Dann haben wir noch ein Thema und das ist, nee, das nicht, Ukraine-Krieg. Wir haben jetzt dann zwei Jahre, ist schon wieder krass, dass das schon wieder zwei Jahre geht, den Ukraine-Krieg zwischen Russland, Ukraine und das ist ja nicht nur Russland-Ukraine, das ist ja eigentlich Osten gegen Westen. Mehr ist es nicht, was sich auf Leid der Menschen in der Ukraine dann natürlich abspielt. Und man sieht schon, es werden immer mehr Zahlungen blockiert, die Leute wollen nicht mehr unterstützen, geldtechnisch natürlich, Deutschland zahlt weiter, haben wir erst jetzt mal wieder festgestellt, dafür war das Geld wieder da, obwohl wir gar kein Geld haben, aber gut. USA blockiert hier das Ganze, weshalb ich auch davon ausgehe, aber das ist meine persönliche Meinung, gerne mal eure Meinung dazu schreiben, dass das Ding nächstes Jahr möglicherweise gegessen ist. Wie sei mal dahingestellt, ich habe da meine eigene Meinung, ich habe es auch schon mal rausposaunt, was ich davon denke, aber ich denke, auch das wird nächstes Jahr sein Ende finden. Palästina, Israel ist nochmal ein anderes Thema, aber diese Sache, die Ost gegen West so ein bisschen darstellt, auch weil China da ein bisschen involviert ist, sind dann auch noch andere Sachen. Und vor allem dieses USA-China-Thema könnte meiner Meinung nach sowieso nochmal ein bisschen mehr aufploppen. Auch charttechnisch oder auch für alle, die in China-Aktien oder so investiert sind, auch da bin ich auf längere Sicht weiterhin Bullish, auch wenn die Performance dieses Jahr, ich habe auch ein ETF laufen, ich glaube 10% im Minus ist, juckt mich nicht. Für mich ist das alles langfristig, aber es könnte Auswirkungen haben und wie gesagt, das Thema, wenn das vom Tisch sein sollte, ist auch wieder Bullish. Und das sind alles so Sachen, deswegen glaube ich 2024 könnte ein sehr, sehr Bullisches Jahr werden, mit eben Vorbereitungen auf 2025 und das Jahr könnte dann sehr, sehr vieles meiner Meinung nach entscheiden. Zinssenkungen sind safe, die erst einmal Bullish sind, auch wenn jeder schreit, sobald wir Zinssenkungen haben, wird das Ganze den crashen. Nein, dafür haben wir auch diese Hinweise, wie gesagt, ein Jahr später und dann ist alles gecrasht. Und wenn man es da mal anguckt, Cycle Low war dann sogar nochmal ein halbes Jahr bis Jahr einfach später. Schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr, was News-technisch anbelangt, was die Zinsen anbelangt, was möglicherweise auch dem Bullrun, der wie gesagt dann vor der Tür steht, auch noch kommt. Ich bin auf jeden Fall riesig, riesig gespannt. Schreibt auch mal eure Prognosen, wo seht ihr Bitcoin nächstes Jahr? Ich gehe davon aus, wir könnten, wenn alles positiv verläuft mit den ETF etc. pp., vielleicht nächstes Jahr sogar Kurse bis 100.000 US-Dollar sehen. Vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber für mich 100.000 ist halt diese psychologische Marke. Vielleicht stoppen wir so zwischen 90 und 100k irgendwo so, ist halt das 1.618er von dieser gesamten Abwärtsbewegung. Also es würde schon sehr, sehr gut passen, dass wir vielleicht knapp sogar über 100.000 schießen würden. Dann vielleicht die erste größere Korrektur sehen nächstes Jahr und dann die finale Welle im Jahr 2025 kommt und dann kommt die Rezession. Das mal kurz zusammengefasst. Eure Meinung würde mich da wirklich brennend interessieren, was ihr davon haltet. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch ein schönes Ende noch vom Jahr. Lasst es euch gut gehen. Macht euch nicht zu viel Gedanken. Und ja, hoffen wir auf das Beste nächstes Jahr. Ich freue mich wirklich extrem nächstes Jahr auf dieses Jahr. Nicht nur wegen Podcast etc. pp. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Ich wünsche allen echt nur das Beste, dass ihr das Beste draus macht, was Aktien, Krypto, Forex, alles da draußen anbelangt. Und ja, dann war es das von mir. Ich wünsche euch noch ein schönes Ende vom Jahr. Wir hören uns auf jeden Fall noch die nächsten Tage zu anderen Videos. Und dann war es das von meiner Seite. Für alle, die wir uns nicht mehr hören, guten Rutsch. Lasst es euch gut gehen. Und ja, Like da lassen, Abo da lassen. Gerne das Video teilen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.